Wahnsinns empfang heute das war echt also muss ich sagen starke leistung hat mich wirklich sehr gefreut ja ich finde es ein unglaublich wichtiges thema ja man man denkt immer so ja so so langsam müsste es eigentlich jeder mal wissen oder jeder mal kapiert haben ja das einfach diskriminierung allgemein rassismus das ist einfach ob jetzt im sport oder auf der schule oder im sonstigen leben das hat er einfach nichts zu suchen und dann eher zu sehen wie ja wie so eine schule sich dann so ja engagiert dafür einsetzt dafür zu sensibilisieren auch schon gerade im jungen alter das finde ich einfach eine super sache wir haben nach paten gesucht die halt auch hier vor ort sind und auch im bezug haben und ich meine die mehrheit ist hier halt fortuna fan und deswegen ist es ganz toll dass euer verein uns hier unterstützt und dass er mit dem emanuel also einen ganz tollen paten gefunden hat das auch wunderbar ausdrücken kann also das fand ich ganz klasse wieder jetzt eben auch auf die fragen der schüler reagiert hat und ich habe ihm auch angemerkt dass ihm das auch wichtig ist und hat finde ich natürlich toll wenn das also so zusammenpasst ganz großartig also vielen dank für den support für mich natürlich auch eine ehre da meine meine erfahrungen wieder geben zu können und er hoffe dass ich den jungs und mädels hat den einen anderen tipp die eine andere weisheit mitgeben konnte und ja dass sie den heutigen tag auch gut in erinnerung behalten